Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brilli Baut. Ja, wir sind hier gerade dabei, ein paar Bachen aus Stahl herzustellen, um mal meine kleinen, lieben, süßen, guten Instrumente wieder zu reparieren. So, das sollte reichen. Gucken wir mal. Zack, zack, jawohl. Einmal die Pickaxe, einmal die Schaufel. Das war es eigentlich schon. Na komm, jetzt machen wir alles. Zack, zack, ein Hammer und das Schwert noch. Und dann ist alles erst mal wieder repariert. So, jetzt gehen wir runter zu Turtle, denn wir wollten das Zeug einsammeln, was unsere lieben, guten Turtles freigelegt haben, beziehungsweise selber schon aufgelesen haben. Wollen wir natürlich holen. Ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche nach einem Weg, aber ne. Oh nein! Nein, was tat ich? Ich hoffe, das ist jetzt nicht so tragisch. So, ja, hier sind die Turtle langgelaufen. Das heißt, hier müssen wir mal, ähm, loslegen. Ich nehme auch mal ein bisschen Kohle mit, denn, ähm, wir wissen ja nicht, wofür wir sie mal wieder irgendwann brauchen. Und ich weiß auch gar nicht derzeit, wie viel wir der, äh, wie viel wir momentan im Lager haben. Deshalb Kohle, ein gern gesehner Gast. Und wir müssen ja auch mal wieder unseren Level ein bisschen auffüllen, das Verzaubern und das ganze Gedönne. Denn ihr wisst ja, in letzter Zeit, wartet der Tod auf den guten Brilli an jeder Ecke. Außerdem sollen ja auch unsere Maschinen jetzt mal wieder was zu tun kriegen hier. Ähm, ja. Und deshalb, machen wir mal weiter hier. So, Silber und Gold und Saphir. So, hier oben ist bestimmt so Petter. Ja, ja. Salpida. Braucht man nicht. Tin. Granulid. Das war doch das Zeug, ne? Da kommen wir mal was mit. Ich meine, ich bau den Weg jetzt sowieso nicht wieder um, aber ich fahrt mal Han, Han, Han mal. Was war das jetzt? Das war jetzt wahrscheinlich schwarz, ne? Man weiß ja nie, wofür man mal irgendwann das ganze Elöd braucht. Guck mal hier, Eisen. So, da war's. Nehmen wir mit. Äh, das bleibt, uh. Aufpassen, Brilli, aufpassen. Guck mal hier, Pobbel. So. Äh, so. Ja, ja, ich weiß, du bist im anderen Gang. Das ist mir relativ schnuppe. Silber. Oh, eine Armee. Ist aber nicht so nett. Arschkrampen, ey. Vor allem plötzlich auf einmal drei. Das geht ja wohl gar nicht. Nächste. Meine Güte. Was wollt ihr denn von mir? Ich habe doch nichts. Das dürfte Salpeter sein, jawohl. Aber hier haben wir ein bisschen Koks. Den nehmen wir gleich mal mit. Saki, Saki. Saphir. Noch mehr Saphir. Ach, komm, scheiß dran. So. Das Zeug ist Essensor. Essensor. So. Der Essensor nehmen wir jetzt wieder mit. Denn wir wissen ja momentan zumindest ein bisschen, was wir damit anfangen können. Natürlich haben wir jetzt das noch nicht richtig ausgetestet. Aber das kommt ja jetzt. Wenn die Samen da mal wachsen, von diesen Kohledingern. Da bin ich mal gespannt, ob da Kohle rauskommt. Oder was da rauskommt. Und was wir damit anfangen können. Biene. So, der braucht das nicht ab. Ich höre auch Lava. Wir sollten ein bisschen aufpassen. Uran. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Denn wenn wir mal Uran bauen, dann... Also irgendwas mit Uran bauen. Dann ist aber hier Schicht im Schacht, glaube ich. Dann explodiert uns alles und fliegt uns alles um die Ohren. Das sage ich euch. Ich weiß, da muss man irgendwie dann so höllisch aufpassen. Und, ähm, naja. Ich schimpfe mich besser jedenfalls nicht. Ähm. Atomphysiker oder so. Noch ein bisschen Gold. Tja, war wieder nichts mit Diamanten in diesem Gang. Wunderbar. Was hast du so eingesammelt? Kohle. Gelöt. Und sonst nichts. Ja, füllen wir mal alles auf, was wir da haben. So. Okay. Na, verdammt. Hm. Gut, dann nehmen wir die mit. Gehen hoch abladen und gehen in den nächsten Gang. Ja, das wird mal wieder so ein bisschen ein Mining hier. Ach so, ich versetze sie aber auch vorher noch. Mining-Folge. Aber wir brauchen halt auch unbedingt mehr Diamanten. Und sowieso mehr Stuff. Das hat sich ja jetzt alles so ein bisschen... Äh. Ist ja alles jetzt ein bisschen weniger geworden, weil wir jetzt halt so lange nicht meinen waren. Und das müssen wir auch mal wieder auffüllen. Tunnel 75 bitte. Und tschüss. So. Gut, ich will ja, dass unsere Maschinchen ein bisschen was zu tun kriegen. Und dann... Herein damit. Alles mal durchjagen. Nein, den Eimer Wasser nicht. So. Habe ich jetzt irgendwas? Glaube ich, habe ich durchgejagt, was nicht durchgejagt werden sollte. Nicht sicher was. Ich brauche auch bald mal was zu essen. Was Neues. Aber gut. Mit vier Kartoffeln kommen wir jetzt auf jeden Fall noch weiter. So. Gucken wir mal. Was uns die liebe Turtle Nummer 2 beschert. Peridot Ore. Hätten wir da schon mal im Angebot. Her damit. Ein bisschen Essence Ore. Ein bisschen Redstone. Hier Tim. Led. Ja, Led weiß ich halt auch überhaupt noch gar nicht. Wofür wir das brauchen. So. Gule. Dieser Hammer ist einfach nur genial. Da kommt ein Skelett. Oh Gott. Was ist denn da hinten los? Das sind Fierstklette. Das gibt es ja gar nicht. Wie soll ich die denn? Vier Stück. Kriege ich Kriege. Vier Stück tot. Nicht sicher. Können die mich mal triggern. Warte mal. Ich trick sie aus. Oh Gott. Weg. So. Und wenn die jetzt hier hinkommen. Dann kriegen sie direkt den Arsch voll. Oh Gott. Noch zwei. Es waren doch schon drei oder nicht? Boah. Das sind ja vielleicht welche, ey. Meine Güte. Das am frühen Morgen. Nee, nee, nee. So. Okay. Die hätten wir aber erledigt. Sehr schön. Quantum Ohr. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung wofür. noch mehr Quantum Ohr von Q-Craft. Aufpassen, Brille. Lavatod ist nix gut. Und da. 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 Diamanten. Diamanten. Liebe Freunde der guten Diamantenunterhaltung. Hier bei mir exklusiv Diamanten gefunden. Tja. Endlich mal wieder. so. Schatz. Indium. Ah. Wahrscheinlich wieder irgendwie nur so zwei Stück. Aber okay. Besser als nix. Neben Gold. Diamant. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah. Das ist keiner mehr. Fünf Stück. Das ist ja eine. Das ist ja eine wahre Wonne. Eine Diamantenwonne. Eine Mine. Eine. Eine Diamantenmine. Eieieiei. Sehr schön. Sehr schön. Neh mich halt. Nehmen wir auch mit. Und Cinnabar. Das dürfte alles sein Peter sein. Aber das hier oben ist vielleicht. Was aber? Tim. Vor allem hat der es gesehen. Während der fällt, hat er eine andere Bezeichnung. Da heißt er Falling Gravel. Das wusste ich auch noch nicht. Da. Falling Block. Ah ne. Falling Block. Okay. So. Was haben wir hier? Hier haben wir Dark Iron Ore. Und Lapis. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Lapis Lazuli. Das war nur ein Block. Vielleicht hat er hier noch was. Schade. Ah, der hat leider keinen Diamanten. Sapeter. Gut. Sapeter. Nehmen wir Sapeter für den Bogen. Ansonsten war es das. So. Dann brauchen wir die. Für. Für. Blind. Oder? Für fügt. So. Okay. Gehen wir da hoch. Was war da noch? Da war noch was. Silber. Passt aber genau wie ihr seht. Mit den 75. Tunnel 75. Und dann einmal gehen. Von den Slots her passt das perfekt. Wir werden Kartoffeln fressen hier. Und mal das Tim hier noch mitnehmen. Da bin ich mir nicht sicher. Ob das hier noch daran liegt, dass ich es abgebaut habe. Oder ob langsam die Quelle versiegt. Hey, hey, hey. Das wäre nicht so gut. Da war noch einer, oder? Steckt er sich hier hinter dem. Hinter der. Hinter der Säule. Ich fasse es nicht. Man könnte natürlich darüber nachdenken. Einfach das. Das unten noch so eine Kiste mit zum Kabel dran zu machen. Dann müsste ich nicht immer hochlaufen. Jedoch ist da die Frage, wie lange wir das wirklich noch benötigen. Denn ich will ja irgendwann eine Quarry für mich arbeiten lassen. Und, ach scheiße, jetzt habe ich die Turtle gar nicht gesetzt. Ach, warte. Und wir brauchen noch was zu essen. Was haben wir denn überhaupt noch? Nicht mehr so viel, was wir hier haben. Slimeball? Was ist das denn? Nehmen wir mal die drei Steaks mit. Und die drei, äh, zwei. Ja. Und da verließen sie ihn bald schon. So. So, dann gehen wir gerade auf den dritten Gang entlang. Und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Gucken wir mal, ob diese Kuhledinger da gewachsen sind. Und ob wir den Stein verbessern können. Denn, wie gesagt, wir brauchen unbedingt Enderpearls. Da geht's schon wieder los, ey. Brigad. Alter, was ist denn hier los? Ist hier irgendwie so ein Sklettsporner? Oh, mit Rüstung oder was? Alter, was ist hier los? Ungenuss. Absoluter Ungenuss. So, erstmal raten wir was. Zack. Okay. Indium. Gold. Ich hoffe, oben mit der Maschine läuft alles soweit richtig. Nicht, dass da jetzt gleich irgendwie, wenn wir da hochkommen, alles am Boden liegt. Oder die spawnt. Aber eigentlich hatten wir ja alles soweit getestet, sodass alles einigermaßen läuft. Indium, Indium. Spinnchen, Spinnchen. Spinnchen, Spinnchen. Direkt angeschlachtet. Da verstehe ich ja gar keinen Spaß. So. Nein, lieber nicht so. Ja, ich weiß, das wäre ein Riesenfehler gewesen, wenn hier jetzt Lava gewesen wäre, wäre da das Geheule riesig gewesen. Aber ich wollte jetzt nur mal hier runter. So. Dann war wieder hoch. Oh nein. Ich habe es aber auch nicht mehr alle, ne? Was ist denn hier für eine Spawn... Spawngebiet, ey. Das ist ja... High-End. Ach, scheiße, warum komm ich jetzt weg? Das reicht mir hier. Scheiß-Wichser. So. Am Ende hier. Zack. Dat, 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 dat. So. Gib mir das Dörtel. Nein. Wir sind alle aufgenommen. Na egal. Nehmen wir jetzt mal das Zeug hier noch mit. Und stellen wir mit Dörtel wieder auf. Water-Infused-Stone. Silber. Redstone. Irgendwie Redstone habe ich das Gefühl, kommt hier in Monster viel weniger vor als in Vanilla. Was aber nicht daran liegen kann, dass man es weniger braucht. Kann mir eher vorstellen, dass man sogar noch mehr braucht als in Vanilla. Aber okay. Allein schon die Schnelligkeits-Upgrades für die diversen Tools, die wir haben, werden ja mit Redstone gemacht. Und das braucht einiges an Redstone. Das können wir auch demnächst mal wieder machen. Denn hier unsere Axt hat noch nichts drauf. Und ja. So. Dat hätte man. Dat nehmen wir mit. Dat auch. Silber. Hab da bis jetzt glaube ich auch noch keine Verwendung für, oder? Für Silber. Dafür cut me um ein Indium sowieso nicht. Dört weg. Wo haben wir so viel Dört gerade gehabt? Nichts sicher. Uran. Uran. So. So. Silber. Alles herein. Alles mitgenommen. Denn hier wird nicht verzagt, sondern drillige gefragt. Kommt schon wieder der Nächste. Dann Slot für Mimichheit. Was ist los mit euch? Ich bin nämlich so im Sack. Futter. Futter. Einer. Ein Zombie-Brain brauchen wir nicht. So. Das hier noch. Herzchen. Dann war es das schon. Haben wir jetzt. Zwei Turtles. Das ist ja. Brilli B und Nemesis. Unsere beiden. Klein und Turtle. Jen dürfte dann hier gerade drin sein. Tunnel 7,5. Bitte. Und hier auch noch einmal. Das ist richtig. 1,2,3,1, ja. Tunnel 7,5. Tja. Irgendwie war die Ausbeute von Diamanten jetzt auch nicht so riesig, wie ich erwartet hätte. Aber das kennen wir ja nicht anders. Gut. Gehen wir hoch. Läuft eigentlich der Timer? Das ist schon wieder so. Er läuft schon wieder nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Wieso mache ich den immer wieder aus? Ich drücke da drauf. Und ich glaube, ich drücke zweimal drauf. Und dann ist er aus. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Brilli Baut. Und bis dahin. Alles Gute und Tschüss.